Welches Pokémon ist es? Es ist Benson! Hä? Ich hab doch gar nicht gehört. Leute, heute spielen wir wieder M.O.R.S. Aber mit einer kleinen Schwierigkeit. Und zwar, die Imposter sind quasi Pokémon-Trainer. Und die können uns Crewmates fallen. Oder kommt Logo. Der könnte nicht jetzt ein Battle machen. Wir können uns natürlich daraus befreien. Denn wir machen ein Leertasten-Spam-Battle. Und der, der halt am meisten die Leertaste gesmasht hat. Der hat dann das Battle gewonnen. Und wurde entweder im Pokéball gefangen. Oder eben nicht. Je nachdem, wie das Battle ausgeht. So, Gambo ist hinter mir. Will der vielleicht mich getten? Ja, nee. Will er nicht. Gambo hat da auch safe eine Aufgabe. Also glaube ich eher... Oha. Komisch. Gambo ist dann hier auf einmal hier hinten gelandet. Verdammt. Verdammt. Yes. Okay. Äh, dann gehen wir wieder runter zu Shields. Logo ist da hinten. Was ist hier für eine Aufgabe? Falsche Aufgabe. Äh, zack. Wum, 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 wum. Okay, Logo ist jetzt komisch hier reingegangen. Ist hier irgendwo ein Pokéball? Nee. Hier ist kein Pokéball. Ist irgendwo hier ein Pokéball? Nein, auch nicht. Dann laden wir hier mal den Kram herunter. 100% perfekt. Logo wollte mich sowas von als Pokéball fangen, die Sau. Nein, es war genau andersrum. Ben wollte mich fangen. Ich habe auch das Meeting ausgelöst. Seid realistisch. Wer ist heftiger am Leertaste drücken? Dann kennt ihr die Antwort. Fabi, was machst du da an dem Pokéball? Was mache ich? An dem Pokéball. Oha. Oha. Leute, können wir jetzt mal Logo voten? Wie normale Menschen? Ich möchte wissen, was Fabi da macht. Ich hatte echt Angst vor dir. Ich wollte zum Emergency Button runden. Hä? Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade mache. Ja? In Reactor diese geile Task, wo man diese Muster immer da wehnen muss. Und warum ist direkt an dir dran ein Pokéball? Fabi ist der zweite. Logo raus, dann Fabi raus. So, bumm, das wird die schnellste Runde ever. Sag, Alter. Also ich glaube, du nicht, aber es ist auf jeden Fall Fabi. Sie? Wie dumm ist das denn? Wichtig, Lisa. Wichtig. Ich habe meine Seele verkauft gegen Gambo hier mit meinen Leertasten, ey. Als ob man das einfach sieht, wie dumm ist das denn, ey. Ich habe so gestützt, und ich hätte sogar Gambo schützen können. Ich wollte Ben doch schon machen im Electrical, aber ich wusste nicht, was ich hier machen muss, Ben. Hast du dich nochmal gerettet gegen die Kopf, ey? Also ich glaube, wir sollten uns nochmal absprechen, wenn wir jetzt hier... Ich wollte gerade fragen. Ich habe Logo. Also ich habe Fabi. Ich habe auch Logo. Ich habe Lisa. Ich glaube, Lisa ist es. Ich dachte, wir voten Fabi. Okay, Chris, wen hast du gewoten? Fabi. Boah. Ja, also Logo hat jetzt Selina und mich. Logo ist es nicht. Ben ist es. Nein, aber... Lisa! Nein! Aber jetzt mal meine andere Frage. Lisa, du siehst jetzt gerade... Jonas, mach Fabi einfach. Ich mache Fabi, okay. Ich bin gerade gekommen, da war der Ruckeball bei dir dran. Das ist ja richtig... Achtung vor Logo, bitte. Logo, mach jetzt Revanche. Ich gebe dir Revanche, komm. Oha, ich gucke zu. Okay, wir gucken. Oha, das war aber eine krasse Revanche. Da habe ich keinen Bock gehabt. Naja, egal. Äh, machen wir mal den Müll hier weg. Bumm, fertig. Oha. Zack. Oh, Mann. 0, 5, 6, 3. Bumm. Okay. Machen die jetzt Revanche oder checke ich das hier jetzt alles gerade gar nicht? Wenn es hier unten... Oder war jetzt zumindest. Ah, okay. Oha. Kommt es hier jetzt endlich mal zu einer Revanche bei den beiden? Nee. Doch. Nee. Was machen wir hier? Wird jetzt hier gevotet oder was? Oha, ey. Die Runde hätte so schnell vorbei sein können. Aber jetzt wird hier einfach... Jetzt wird Ben nur dieses Battle jetzt noch einmal haben. Oh, ich glaube... Nee. Ben lebt noch. Hä? Hä? Logo, wie langsam drückst du nur die Leertaste? Also jetzt langsam ist es doch offensichtlich. Du rennst mir die ganze Zeit hinter... Ja, und wir hatten den Battle, Jonas, dazugefuckt. Logo, Jonas und ich habe dich beide gesehen. Ich weiß ja nicht, was ich da gesehen haben soll. Sieht man das nicht? Doch, doch. Achso, ich kann sein, dass ich dachte, nur der, der gefangen wird, sieht die Animation. Nee, nee. Also wenn, wo ich mal bin, ne? Der Walton war zu 80% Grünlogo. Bist du eingeschlafen auf der Tastatur oder was war da los? Oder nicht meine armen Stabilizers durch? Weird flex, ich weiß nicht mal, was das ist. Oh, Ben hat gerade einfach das Leertasten-Battle gegen mich verloren. Also bist du? Hä? Ich habe doch gar nicht... Hä? Das ist ja was, Trade gelogen. Auf jeden Fall nicht. Hey, da stand doch Gambo, der hätte es ja wohl sehen müssen. Nee, 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 Moment. Ich habe eine Tastatur gemacht. Ich bin oben rechts. Perfekt, Gambo ist der zweite. Ben, da kommst du nicht mehr raus. Wo wurde denn gefightet? Wurde gefightet unter, äh, was ist das? Unter Weapons, ja. Oh, Toda. Case closed, easy peasy, raus. Danke für deine Detektivarbeit, Gina. Kein Problem. Jo, G zu dem G. Ähm, vielleicht ist... Microphone activated, microphone muted. Ich checke jetzt 10 mal, ob ich hier das geschafft habe, äh, ob ich hier mich gemutet habe oder nicht. Vielleicht ist es Gambo. Wäre so eine Überlegung von mir jetzt höchstpersönlich, weil er gesagt hat, er kann nichts sagen. Er war einer Task. Hä? Habe ich das hier falsch gemacht? Nee. Electric, haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Oh, verdammt. Jawohl. Yes. Okay. Dann machen wir... Das hier noch. Da kommt Jonas. Vor dem müssen wir auch Angst haben. Aber der hat nichts gemacht. Dann nur noch in Communications. Deezer ist da unten. Okay. Was ist jetzt hier oben? Ups. Logo ist es. Irgendwer hat gerade zweimal gegen mich einen verloren. Logo. Logo hat es einfach gleich zweimal verloren. Der hat sogar gegen mich verloren. Oh Gott. Oh, mein Herr. Also irgendwas läuft da nicht richtig. Ich habe einfach nur über Makro 300 Inputs Space Spam lassen. Das ist so ein Trash-Mod. Du warst halt auch einfach. Das war eigentlich mal knapp. Da ist aber ein Antis-Cheat mit eingebaut. Der hat so eine Abfuhr hier gerade bekommen. Mann, mir war auch von Anfang an klar, dass wir verlieren. Er hat sich gesehen an mein Kolleges Logo. Der kann nicht mal die Leertaste drücken. Oh, ich habe nicht. Mann, ich habe gegen Chris verloren. So eine Scheiße. Ich wusste es auch bei dir, Lisa. Ich war es da gerade ab mit diesem... Ja, weißt du, wie Angst ich da hatte. Ich stehe vor dieser geschlossenen Tür. Mann, schon wieder Crewmate. Ich will jetzt was erleben, Freunde. Ich will... Ich will mal... Fabi hat seinen... Hat er seinen Hut ausgezogen? Oh. Fertig? Hä? Lisa hat auch keinen Hut. Heißt es, wenn... Wenn Leute keine Hüte haben, dass sie dann der Poster quasi sind? Wenn ich diesen Bug jetzt hier gefunden habe, dann bin ich krass. Dann bin ich richtig krass. Oder sie haben halt unabhängig voneinander die Hüte ausgezogen, aber... Das wäre ja auch unrealistisch. So. Weapons. Oha. Gambo hat mich herausge... Ja, Lisa stand daneben. Aber du brauchst hier gar nicht palabern. Ja, hä? Lisa kann ganz klar bezeugen, dass ich nach dir zum Pokéball gekommen bin. Ja, das ist halt echt so. Der lag da schon, wo ich war. Aber ich habe halt nichts gesehen. Ja, weil ich mich kaputt gelacht habe, dass Gambo da gegen Logo das Duell gewonnen hat. Ja, okay. Aber das ist ja clean einfach gewesen. Logo ist halt echt... Lisa, jetzt benimm dich bitte. Du musst gesehen haben, dass Gambo den Pokéball auf mich geworfen hat. Dann habe ich ihn abgezogen, habe überlebt, bin dann zu Emergency hochgelaufen. Und ich habe dann... Ja, dann dachte ich mir aber, nee, ich habe die Zwei-Finger-Taktik nämlich jetzt entwickelt. Scheiß drauf, ich mache einfach nochmal gegen Gambo aus Spaß. Aber dann hat er halt Emergency gedrückt. Ja, dann hast du gecheckt, dass du zehn Sekunden warten musst, bis du deinen Pokéball wieder aktivieren kannst. Ich wette meinen linken Nippel drauf, dass du... Echt, Ben? Irgendwie glaube ich dir nicht. Lisa, das ist so sinnlos von dir. Ganz, ganz schlecht. Du standest doch sogar daneben. Oha, oha, das ist hier jetzt aber... Ich habe es echt nicht gesehen. Ben ist so safe. Und du standest... Da war doch der Pokéball und du standest daneben, wo ich in das Ding reingekommen bin. Ja, richtig. Und ich kam von Storage wieder rein. Das ist korrekt, ja. Ich bin halt nicht so im Emergency gelaufen, weil ich halt auch gegen Gambo antreten wollte, weil ich sicher war, dass ich gewinne. Achso. Dass es mich jetzt unerdeutscht ist. Das klingt wirklich sass, aber es ist for real. Es ist wirklich so. Wen hast du denn? Ah, das kannst du Logo erzählen, Ben. Okay. Logo werde ich gar nicht angreifen. Das ist ja wirklich Free-Futter. Für den Fall, dass Lisa jetzt ist... Äh, das Gambo jetzt ist, ist Lisa der Zweite, oder? Ja. Ich bin... Nee, 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 nee. Nee, Lisa hat's, glaube ich, wirklich nicht gesehen. Sie ist, glaube ich, unbeteilig. Also, na, vielleicht ist sie es auch. Vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist 100%... Was ist denn das? Macht jetzt keine... Oh mein Gott. Lisa! Warum denn jetzt ich? Weil du safe mich gewartet hast. Ja, weil ich dir nicht glaub. Ich übrigens auch. Ich glaube, ich... Mein Gott, mein Gott, dein Mütter. Ich glaube halt echt... Dass das Fabi... Oder... Also, das ist doch schon irgendwie komisch, dass die keine Hüte haben hier. Also... Ich muss zehnmal checken, ob mein Mikrofon an oder aus ist. Wir machen mal die Aufgabe hier. Navigation haben wir noch was. Weil das Lisa... Ich meine, sie hätte sich doch safe... Safe saven können. Also, jetzt hat sie sich ja so verdächtig gemacht, nur um... Aber um Gambo zu schützen, das macht ja auch keinen Sinn. Aber auf jeden Fall finde ich es komisch, dass Lisa keinen Hut auf hat. Das ist sehr... Sehr, sehr komisch. Mikrofon anaktivated. Können wir jetzt bitte wie erwachsene, zivilisierte Menschen Gambo voten? Warum? Hä, warum denn so? Ich habe bei Dream nichts gemacht. Lisa, wieso machst du dich so sass gerade? Wisst ihr, was ich glaube? Jetzt passt mal auf hier. Wie schlecht? Es ist nicht mal jemand gestorben. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gambo wirklich war. Also, erstens ist jemand gestorben? Sondern... Achso, ja, okay, dann macht meine Argumentation keinen Sinn, jo. Perfekt, Gambo voten, tschö. Hä, ich wusste aber nicht, dass jemand gestorben ist. Wie schlecht. Du callst ohne Grund. Das kann ja auch sein, dass Lisa, die ihn umgebracht hat, eine Kompliz sind. Ich? Achso, jetzt schießt der Gegend an. Ben, ich bin die allermeiste Zeit mit dir rumgelaufen. Ich glaube, jetzt hat jeder jeden gewählt, oder? Ich hab Gambo, wer er erst noch ist. Ich hab Ben genommen. Der ist noch Zorbing gestorben. Du bist so ein... Junge, endlich, ey. Endlich? Richtig und richtig, endlich. Scheiße. Okay, wir haben in Admin was zu tun. Ich glaub, Ben ist es jetzt nicht, oder? Aber ich hab auf jeden Fall meine Hände hier auf der Leertaste drauf. Chris? Hä, aber Chris hat bei mir auch nichts an. Die sind auf einmal irgendwie ohne Grund nackig. Security haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Lisa war da vorne. Ben kommt da um die Ecke. Gleich mal gucken, was mit den beiden so los ist. Der letzte Pokémon-Trainer, der ist hier aber versteckt. Okay, jetzt haben wir noch nicht alle Aufgaben erledigt. Aber wir gehen auch erstmal zum Reaktor. Gut. Und dann machen wir das hier noch. Okay. Dann haben wir alle Aufgaben. Hä? Warum hat denn niemand seine Aufgaben? Da ist Ben. Ben macht hier grad gar nichts. Microphone activated. Dann ist es wohl Lisa. Ne, es muss eigentlich Jonas sein. Weil Fabi wurde, passt auch, Fabi wurde im Duell besiegt. Lisa schafft es never ever. Oder Gambo war es. Kann auch sein. Weiß, ja. Also Lisa schafft es glaube ich nicht. Gambo ist doch so. Elina kann sein. Aber Tendenz schon zu Jonas eigentlich. Also ich habe eine klare Tendenz zu Lisa. Deswegen habe ich die auch gerade gewartet. Stark. Danke, Jonas. Aber cool, dass du an mich glaubst, dass ich das schaffen würde. Wir haben ja einen Imposter-Safe raus. Weil das war Gambo. Ja. Das heißt, und wir haben auch, wir haben 95 Prozent der Aufgaben. Es wäre jetzt dumm, jemanden rauszuwoten. Okay, dann können wir skippen. Das ist auch okay. Alle skippen. Jonas, du sagst jetzt, wo du mich gevoted hast. Alle, nee, wenn drei skippen, das ist ja egal. Ich möchte das eben noch was anmerken. Chris hat nämlich noch gesagt, wenn es Gambo ist, ist Lisa die andere. Ja, ist doch auch so, weil Gambo... Also... Okay, das sei jetzt... Das sah jetzt ein bisschen komisch von Jonas aus, dass er so... Okay, will hier jemand ein Battle machen? Komm, Ben. Wir sind Broskis. Die will uns jemand... Ja, muss doch safe Lisa sein, oder? Muss doch safe Lisa sein. Sonst hätte Jonas uns doch schon längst herausgefordert. Aber Lisa fordert mich auch nicht heraus. Was soll denn das? Komm, Ben. Hä? Warum bleiben denn alle auf einmal random stehen? Bin ich hier gerade der Dümmste aus der ganzen Runde? Ich bin ein Admin. Storage ist jemand. Electrical und Cafeteria. Cafeteria war Jonas. Jonas fordert mich aber nicht heraus. Wo sind denn jetzt alle? Mann! Hä? Hä? Was war das denn, Alter? Die haben sich geswitcht. Die haben sich geswitcht. Ach, ich bin die Einzige, die noch immer sie machen kann oder so. So muss das sein. Ups. Habe ich nicht gecheckt. Komm, 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 komm. Wer ist denn hier auf der Tastatur eingepennt und macht die Aufgaben nicht, ey? Ich nicht. Ich bin fertig. Ja, ich bin auch seit fünf Minuten fertig. Ich auch. Lisa? Du hast doch vorhin den Download gemacht, oder? Oh, wann. Hä, das ist schon ein Jahr her. Ja, okay, alles klar. Hä? Also, ich habe alle gemacht. Ja, du hast alle gemacht. Wahrscheinlich hast du alle gemacht. Ja? Lisa ist für mich auch sass, aber niemals würde sie Fabi besiegen. Hä? Aber kann doch sein, dass Gambo das gemacht hat oder so. Oder kann sein, dass... Gambo hat selbst gegen mich auch. Kann doch sein, vielleicht ist Fabi jetzt auch AFK und deswegen werden die Aufgaben auch nicht erledigt und vielleicht war AFK oder Brainer AFK oder sowas. Kann doch sein. Es ist übelst riskant jetzt, jemanden rauszuboten. Also, werf ich? Hätte ich gegen Chris gewonnen? Nee. Ja. Ja, schau. Das ist kein Argument für mich. Also... Das ist kein Argument für mich. Du hast doch heute sogar gegen mich gespielt. Ja, und jetzt auf einmal. Ja, aber das war ja Test. Das war die Test-Round. Ja, trotzdem will ich den Test nicht. Es wäre eigentlich dumm, jetzt jemanden rauszuboten. Ja, gut, dann skippt halt alle drei nochmal. Oder wer der soll? Ja, Hauptsache du kannst wieder bauten, Jonas. Nein. Kann jetzt wie mal der Opfer all die Aufgaben machen? Jo. Also, ich bin schon fertig. Mein Profit unmuted. Ja, ich bin wirklich safe fertig. Ich habe es jetzt nochmal kontrolliert. Das Ding ist, jetzt habe ich meine Emergency verpraten. Wo ist Ben hin? Frage ich mich so gerade. Dichtest du sie da aus? Aber vielleicht will uns sie jemand auch nur locken oder sowas. Wer hat die Aufgabenzeit? Es war wirklich Lisa? Oh, die hat sogar gegen Chris gewonnen. Ihr wisst gar nicht, wie ich geschrien habe. Oh, die Maschine, ey. Ey, Gabbro, ich habe gerade gemütlich mit Cola getrunken an dem Cat. Und auf einmal greift er mich an, ey. Ich habe so einen Anfall bekommen hier, ey. Ich bin mit einer Hand auf einmal hier am Lostippen gewesen. Ey, Gabbro, hast du mich gerade mit Absicht die ganze Zeit eingesperrt? Achso, nee. Du hast ständig vor mir die Tür zugemacht. Und dann dachte ich mir, komm, ich greife jetzt Ben an und laufe Ben hinterher. Auf einmal geht hinter Ben die Tür zu. Okay, wir sind im Poste Ring, yo. Äh, Storage, Fixed Wiring. Ist das das hier? Ja, maybe. Vielleicht. Oha. Und fixen einfach mal selber. Ach, da ist Fabi. Mann. Boom. Easy. Wenden. Huh. Den ersten haben wir gefangen. Renewed. Huah. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass hier keiner kommt. He fucked up. Oh, nein. Oh, scheiße. Nein. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Es ist das Jonas hier kriegen. Ah, nein. 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 Elina ist es. Was? Du schlägst. Lisa, geh mir jetzt nicht auf den Sack. Ich stand da unbeteiligt. Achso, Jonas lässt noch. Okay, sorry. Jonas und Elina standen da. Einer von den beiden. Ja, genau. Ich dachte nur, dass Jonas in der Kapsel gefangen ist. Sorry. Nein, nein, nein. Ich habe mir das Ganze nur angeguckt. Dann habe ich gesehen, wie du schon wieder übelst motiviert zum Emergency-Button rennst. Und dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Da habe ich beide Taschen einfach weitergemacht. Also, ich habe gerade eben richtig krass gegen Ben ein Pokémon-Bettel. Mein Puls ist auf 100. Würdest du dich verarschen, Elina, Alter? Nee, was verarschen? Mein Puls ist auf 100, Alter, was soll das denn? Elina, wie unrealistisch. Ich habe die Zwei-Finger-Taktik perfektioniert. Niemals wird es begegnet. Hä? Alter, nee, wurde mich nicht raus. Ich will ein Battle machen. Oh Mann, ey, so eine Scheiße. Ich war es ja noch nicht mal. Das ist ja das Ding. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Stop. Ach, verdammte Kacke. Ich habe mir so Mühe gegeben beim Dingsen. Kann ich hier irgendwas machen? Okay, wir lassen ihn mal machen. Ja, Logo, let's go. Nein. Ich muss was sabotieren. Oh, da ist Jonas. Boah, hat sich gerade Schiss, Mann. Boah, hat sich Schiss. Hä, ist das Logo oder was, Gambo? Wir waren beide eingesperrt. Aber ihr hattet kein Battle? Nee. Das ist voll so, als ob ihr ein Battle hattet. Nee, nee. Oh, okay. Wenn, dann bist du es doch. Ich bin es nicht, Lisa, bin eben nicht. Ja, und was ist jetzt mit Jonas passiert? Er ist weg vom Fenster offensichtlich. Logo hat halt den Report-Button. Boah, Mann, ich höre es auf mich in den Mühe. Ich bin so ein Müll, ey. Warum versuche ich es überhaupt? Ich bleibe wieder unmuted. Ich rede immer und rede und rede und rede. Ich bin losgerannt, sobald Ben zu dir in den Security-Raum ging und die Tür zu ist, du bist sofort losgespült. Aber ich habe die nicht zugebracht. Ja, das sah ganz schön sass aus. Aber das ist eigentlich wieder die gleiche Grundsituation wie davor. Wir haben einen Poster raus und wir sind zu viert. Also ich muss nur noch bei Matt Bay das Ding abholen. Ich habe alle. Hast du alles, Logo? Nee, ich muss noch zu Electrical. Einer von euch hat halt gerade clean gelogen. Ich finde es lustig irgendwie. Du hast nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Hä, ich hatte Todes. Hast du nicht gesehen, wie ich da hin und her gerannt habe? Ja, nur weil du A und D auf deiner Tastatur drückst, musst du jetzt hier auch nicht gleich, ne? Nee, aber ich denke, Janne. Also wie gesagt, ich muss ehrlich festhalten, ich war in Superstars und bin sofort losgerannt. Logo kann es nicht sein. Guckt euch mal die Toten an. Der gewinnt ja nicht mal das Leertastenbälle gegen seine Oma. Dann ist es Lisa. Was? Warum denn ich? Weil ganz ehrlich, denkst du nicht, dass ich dich während der Zeit... Also wenn die Tür zu ist... Ja, Logo hat halt gesehen, dass wir drin waren. Das ist ja schon sehr... Oder du hast Coot... Nee, Cootdown kann das sein. Nee, Cootdown, also das waren ja... Das sind ja 10 Sekunden oder so. Weil ich da jetzt schon so häufig war, weiß ja, dass der Cootdown von dem Pokéball nicht so hoch ist. Deswegen wollte ich nicht warten. Du kannst ja eh nicht reporten. Weil wenn die Zimmer wieder aufgegangen wäre, wäre ich im Leertastenbattle tot gewesen. Ich hoffe, Lisa. Nee, ich mache einen Skipper. Scheiße. Was? Echt jetzt? Logo! Ich dachte, Lisa ist das. Die Runde ist nicht vorbei, jetzt habe ich Angst. Ich muss irgendwas sabotieren, aber ich will jetzt auch nicht... Ja! Ja, ja, ja! Perfekt, 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 ja, ja, ja! Logo, ist das das denn? Oha, was machen wir jetzt? War das jetzt ein Big Brain Move? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wie man einfach deine Leertaste gehört hat, Lugo. Ach Gambo, du hast verloren. Ich hätte Ben besiegen können, aber dieser, ich drücke und der macht bei mir den Emergency Button auf. Wo bist du? Komm her Elina, komm her. Task aus. Alles vorbereiten, Alter. Okay, okay. Ich bin nervös. Wir haben Publikum. Drei, zwei, eins. Die drückt jetzt schon. Ah, ja. Du hast dich so auseinandergenommen, Alter, du Lusche. Was? Ich hab verloren, Digger? Natürlich hast du verloren, aber hallo. Never possible, das war falsch. Ich hab die falsche Tastatur gedrückt. Ich hab das so perfektioniert mit zwei Fickern, unglaublich. Ne, ne, nochmal, warte, nochmal. Hey, aber dann wäre doch Elina jetzt ein Pogeball, wenn du gewonnen hättest. Nein, die hat geschmissen. Elina hat geschmissen. Ja, mach nochmal, Elina. Ich besiege sie auch nochmal, gar kein Problem. Punkt dir das an, wenn ich dich auseinandernehme. Junge, Junge, Alter. Einfach, er hat seinen Klickdingsbums wieder angemacht. Hab ich überhaupt nicht. Hallo, Ben. Gut, 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 gut.